Ja, hallo meine Freunde, hier ist euer Herr Maulwurf. Ich bin da im Prinzip ja heute wieder sehr glücklich. Wie ihr die alle wisst, liegt mir das ja in Blut, Sachen zu gewinnen. Und es scheint heute mal wieder so weit zu sein. Ich wurde hier von Microsoft ausgewählt als Vodafone-Nutzer, um hier ein Ipone X, das ist bestimmt was Erotisches, sehr gut. Gut, 500 Euro Amazonas-Gutschein oder was auch immer das sein soll zu gewinnen. Und um das zu beanspruchen, muss ich jetzt nur auf OK drücken. Ja, hier ist wieder das Logo von Windows. Das ist sehr seriös, dass das von Microsoft kommt. Und ich habe im Prinzip, wie ihr hier seht, ja nur 3 Minuten 40, um drei Fragen zu beantworten. Das versuche ich gar nicht erst, weil ich da viel zu langsam für all das bin. Ja, und es ist ein Geschenk, weil ich Vodafone-Nutzer bin. Das ist großartig. Und es sind 10 zufällig ausgewählte glückliche Besucher. Jetzt ist das nicht so der übliche Spam, den man per E-Mail oder bei Facebook bekommt, sondern die Seite hat sich geöffnet, als ich ja im Prinzip eine andere Seite besuchen wollte. Die ist jetzt auch auf der Blacklist gelandet, wie Rakes sagen würde. Und jetzt wollen wir doch mal analysieren, mit welchen Tricks das hier versucht wird, an eure Daten zu kommen. Als allererstes sieht man natürlich, das ist so aufgemacht, als wäre das eine Seite von Bill Gates hier, von Microsoft. Und entsprechend wird hier das halt auch alles seriös suggeriert, nicht wahr? Und dass die Menschen da auch mitmachen. Da gibt es hier dann so schöne Bewertungen. Das sieht aus, als wäre das bei Fatzebock geschrieben. Und zwar besteht das dann aus Leuten mit irgendwelchen Bildern, die es wahrscheinlich bei Google gefunden haben und bei irgendwelchen Texten, die sich sie ausgedacht haben. Könnt euch das hier ja mal angucken. Zum Beispiel ist das hier dieselbe Hand wie da, wenn man hier das Bändchen betrachtet. Der hat aber schnell den Namen geändert. Ja, und jetzt könnte ich meinen Kommentar senden, aber da ich weiß, dass das hier nur Verarsche ist, spare ich mir die Arbeit. Und ich könnte jetzt ja warten, um euch zu zeigen, dass nach dieser Minute 50, die wir jetzt noch haben, überhaupt gar nichts passiert. Ich könnte mich dann weiterhin bei dieser vermeintlichen Gewinnversprechensgeschichte anmelden. Wenn die Leute nach abgelaufener Zeit ausschließen würden, dann würde denen ja Geld durch die Lappen gehen. Bei diesen Sachen hier geht es ja nicht darum, dass die Sachen versenken oder Preise vermitteln. Die wollen ja im Prinzip, das werdet ihr gleich sehen, Kundendaten haben, die sie weiterverkaufen können. Aber jetzt wollen wir uns erst mal durch dieses Quiz hier wagen. 97% haben das richtig beantwortet. Es gibt also noch mehr Maulwürfe da draußen. Bill Gates hat Microsoft gegründet. Also ich würde sagen, Microsoft sitzt in Russland. Hör mal auf, du hast doch keine Ahnung. Wann wurde Microsoft gegründet? Diese Frage ist an sich schon lächerlich. Und ich glaube auch nicht, dass 57% das nur wussten. Wenn es schon Windows 98 und 95 gibt, kann die Antwort ja nur 2014 sein, nicht wahr? Jetzt werden wir zum Spaß aber doch noch die letzten 30 Sekunden abwarten. Aber nein, das ist mir meine Zeit nicht wert. Aber eigentlich habe ich ja genug davon. Ich vertrödel sie ja sowieso nur irgendwo. Oh ja, 19. September. Das sieht dann immer so aus, als wäre das einen Tag oder zwei vorher geschrieben worden. Das wird dann automatisch angepasst, je nachdem, welchen Tag ihr da das quasi aufruft, meine Freunde. Nicht wahr? Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich das heute mal mache. Dimitri ist da ja im Prinzip viel zu, ja, der will ja alles an sich reißen. So, ihr seht, ich habe jetzt, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt werden die Antworten validiert. Jetzt wird die IP vom virtuellen Rechner geprüft. Und jetzt stehen zwei Preise zur Verfügung. Und jetzt kann ich mir das aussuchen. Ich weiß, dass Herr Sieghardt wahrscheinlich die rechte Truhe nehmen würde. Deswegen würde ich ja gern die linke nehmen. Aber ich werde jetzt einfach die goldene Mitte nehmen. Und ich prophezeie, dass ich was ganz Tolles gewinnen werde. Ja, natürlich, der Hauptpreis. Das ist doch schön. Nicht wahr? Da wollen wir doch mal gucken. Anspruch erheben. Das iPhone wurde reserviert. Und jetzt geben Sie Informationen ein, um die Identität zu bestätigen. Uns geht das ja nicht darum zu sehen, an welche Adresse die das schicken, sondern das geht ja jetzt rein darum, dass ihr jetzt eben möglichst wahrheitsgemäß und detailliert alle Informationen abgebt, über die ihr verfügt, damit die euch eben möglichst personenbezogene Werbung schicken können. Wir wollen das jetzt einfach mal machen. Nicht wahr? So, neue Seite. Das iPhone X gewinnen. Seht ihr, jetzt sieht das alles schon gar nicht mehr nach Microsoft aus. Und warum sollte Microsoft Apple Sachen verlosen? Aber sei es drum. So, jetzt wollen wir gleich noch mal gucken. Siehste, keine Windows-Flagge mehr. Und jetzt soll man noch mal Fragen beantworten. Da wollen wir die Zeit auch wieder ablaufen lassen. Und das einfach mal vorher noch ein bisschen analysieren. Allein schon hier, das ist ein Gewinnspiel der Tolea Du GmbH. Ja, diese Firma führt sehr viele dieser Datenfallen durch und macht ein Schweinegeld mit den Daten, die die Leute da gewissenhaft eingeben, in der Hoffnung, dass sie aus einer finanziellen Not herauskommen oder ihr Los etwas aufbessern können. Und dadurch, dass hier diese Uhr abläuft, von der ich jetzt weiß, dass das ein Fake ist, da werden die Leute halt überlesen, dass sie hier, sagen wir mal, Werbeerlaubnis erteilen und dergleichen. Nicht wahr? Und anders als das noch vorhin nach Microsoft aussieht, steht hier jetzt, der Markeninhaber oder Hersteller ist weder Veranstalter noch Sponsor des Gewinnspiels. Schweinehunde. Wer hat das vorgestellt? Ich glaube, das ist der gewesen. Wollen wir mal gucken. Ja, wohin soll der Preis gehen? Der Preis, das ist in diesem Fall kein iPhone, kein Gutschein oder irgendwelche anderen tollen Sachen, sondern Werbepost, Spam-E-Mails und telefonischer Kaltverkauf bis hin zu einem Betrug. Nicht wahr? Und weil jetzt die halt so Druck gemacht haben, dass man das schnell abschließen soll, ich bin einverstanden, dass Veranstalter und Sponsoren mich postalisch, telefonisch und per E-Mail über Angebote kontaktieren. Das wollen wir doch mal gucken. Sponsoren. Kontakt per Telefon. Das ist ja eine Riesenliste hier. Ich werde jetzt schon mal sehen, von wem ihr alles, sage ich mal, E-Mails bekommen können. Da ist zum Beispiel hier Unilever dabei. Das ist ja eine der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Und da sind noch ganz andere Geschichten dabei. Borda Direkt zum Beispiel, der Zeitschriftenverlag. Da ist hier die Gesellschaft für Konsumforschung, wo ich da die Wurst in den Scanner gelegt habe. Schon schrecklich. Und ihr seht, diese Liste, die wird nicht kürzer. Die wird ja im Prinzip immer länger. Nicht wahr? Da ist ja alles mit drin. Kannst du mal gucken. Hier Telefon. Da ist ja hier die, die verkaufen euch quasi dann so ein, sagen wir mal so, Handschuhe, wenn ihr die Kühe befruchten wollt. Das sind die Leute, die wollen einem so ein Alarm andrehen. Und hier ist alles mit dabei. Fernsehen, Finanz, Bauergruppe, Borda. Nochmal Borda, nochmal Borda. Und hier ist so einer, der türkische Callcenter hat. Und die Leute mit den Hundefutter. Hitler ist immer noch nicht verhungert. Hier ist wieder Energie. Elite Premium Service AG. Die sind noch bekannt aus Zeiten von Kai-Uwe Mayer, wo sie da alle möglichen Sachen versucht haben. Ja, mal gucken, ob wir hier noch andere Bekannte finden. Ja, das Weingut. Die haben mich ja immer noch nicht abgefüllt. Ja, ihr seht, da ist einiges dabei. Und viele Menschen werden das nicht lesen. Das werde ich euch einfach mal zeigen, wie das weitergeht. Ja, Hans Maulwurf, ich werde jetzt hier irgendwelche Daten nehmen. Also, da braucht ihr gar nicht versuchen, mich dann besuchen zu kommen. Ja, Drachen-Schanze 31. Ja, das ist ja im Prinzip die Drachen-Schanze. Da seid ihr bestimmt auch schon mal gewesen. Und das ist jetzt auch nur irgendeine Nummer, nicht wahr? Die gibt das gar nicht. Das ist ja Prinzip der 8. Mai 1945. Ich will das jetzt mal für den Fall. Viele haben es schon rausgefunden, aber das ist das Datum im Prinzip, ja, wo der Zweite Weltkrieg geendet hat. Im Callcenter ist da noch keiner draufgekommen. Ja, und ich bin natürlich der Herr Maulwurf. Das können wir mal gucken. Ja, und jetzt soll ich hier Fragen beantworten. Das fällt jetzt dieser Runde sehr dürftig aus. Im Normalfall habt ihr hier dann Fragen, wie viel bezahlen sie für Strom? Haben sie schon mal den Stromanbieter gewechselt? Sind sie zufrieden mit ihrer Krankenkasse? So scheinbar ganz subtile Fragen, die dann eben eine Vorauswahl zulassen, ob ihr da an den Produkten interessiert sein könntet, nicht wahr? Weiter, Herr Maulwurf. Das ist eine sehr freundliche Ansprache. Jetzt an der Umfrage teilnehmen. Mindestens drei Fragen beantworten. Ja, gerne. Da wollen wir das doch mal fertig machen. Und schon haben wir Newsletter an der Backe, weil die uns ja suggeriert haben, dass wir das sonst nicht gewinnen können. Und wenn wir das jetzt noch im Prinzip hier gleich weiter geht, kannst du noch mehr Gutscheine anfordern. Das ist jetzt Teil zwei gewesen nach Facebook, wie die das quasi mit Pop-Ups versuchen, euch auf so eine Falle zu locken. Der Anfang ist sehr professionell gemacht. Und danach kommt ja die Standardstümperseite von den Gewinnspielen. Also, meine Freunde, wenn ihr mal bei Facebook oder bei WhatsApp Nachrichten von Leuten kriegt, die euch solche Links schicken von Freunden oder Bekannten, dann zeigt denen mal dieses Video und dann sollen die sich mal stark Gedanken machen, ob sie wollen, dass ihren Freunden dieser Telefon-Terror widerfährt. Ich hoffe, jetzt kommt alle gut durch den Tag, meine Freunde. Vielen Dank an alle Patreon und alle, die mich auf anderen Wegen unterstützen. Und wir sehen uns quasi bei der nächsten Auflösung, wenn wir die wieder bekämpfen. Auf Wiederhören.